Wasserversorgung ist die Erschließung und Bereitstellung von Trinkwasser und Betriebswasser. Technik und Organisation In technischer Hinsicht ist dies der Bau und der Betrieb von Anlagen zur Gewinnung von Rohwasser. Z. B. aus Brunnen, Quellwasser, Oberflächenwasser aus Seen, Flüssen oder Teichen, Auffangen von Regenwasser in Zistern. Zur Aufbereitung des gewonnenen Rohwassers zu Trinkwasser oder Brauchwasser. Zur Wasserverteilung Z. B. Wasserleitungen, Zwischenspeicher Z. B. Hochbehälter, Pumpstationen, Druckerhöhungsanlagen. Zur Löschwasserversorgung. Zur Warmwasserversorgung. In organisatorischer Hinsicht müssen die entsprechenden Strukturen für die Abwicklung dieser Maßnahmen geschaffen werden. Dies können Einzelpersonen und Unternehmen oder juristische Personen sein. Weiterhin wurden in einzelnen Staaten besondere Konstruktionen zur Gewährleistung der öffentlichen Wasserversorgung eingeführt. In Österreich übernehmen diese Aufgaben die Wassergenossenschaften und Wasserverbände, in Deutschland die Kommunen oder Wasserverbände bzw. privatrechtlich organisierte Versorgungsunternehmen, die zumeist mehrheitlich in Kommunalbesitz sind. In der Schweiz liegt die Wasserversorgung in der Kompetenz der Kantone. Diese delegieren den Versorgungsauftrag weiter an die Gemeinden und räumen ihnen diesbezüglich erhebliche Entscheidungsfreiheiten ein. Der technische Rahmen der Wasserversorgung basiert in Deutschland auf dem DVG-Währregelwerk, in der Schweiz auf dem SVG-Währregelwerk und in Österreich auf dem ÖVG-Währregelwerk. In küstennahen Trockengebieten trägt auch die Meerwasserentsalzung zur Wasserversorgung bei. Geschichte über antike bis mittelalterliche Wasserversorgung siehe Wasserkunst und Schöpfräder. In Deutschland erhielt Hamburg 1848 die erste moderne Wasserversorgung, Berlin folgte 1855, Magdeburg 1859. Die meisten weiteren Städte folgten in den 1860er und 1870er Jahren. In England wurde eine Wasserversorgung bereits in den 1840er Jahren eingerichtet. Wien erhielt 1873 eine erste Hochquellenleitung aus dem Gebiet des Schneebergs. Eine zweite Hochquellenleitung aus dem Gebiet des Hochschwabs folgte 1900 bis 1910. Dieses Aquädukt hat eine Länge von rund 170 Kilometer. Siehe auch Fachgruppe Trinkwasserversorgung, Technisches Hilfswerk Katastrophenschutz, Fernwasserversorgung, Siedlungswasserwirtschaft in Deutschland, Trinkwassernetz, Wasser als Handelsware, Konflikte um Wasser.